Arbeitsteilung, System Americano. Partitioning, das ist heute das Thema. Unser Thema heute ist Partitioning und Queuing-Verhalten mit Apache Kafka. Wir beginnen mit einer kurzen Präsentation und schauen uns mal an, wie läuft das Queuing ohne Kafka in herkömmlichen Brokern wie dem ActiveMQ oder dem RapidMQ. Und danach schauen wir uns an, was ist Partitioning, wie funktioniert das, was sind so die Ideen dahinter. Und zu guter Letzt schauen wir uns eine Live-Demo an und werden dort Partitioning einsetzen und das live erleben. Um die Besonderheiten von Kafka zu verstehen, möchte ich ganz kurz vorher nochmal zeigen, wie das Queuing so funktioniert, bei herkömmlichen, ganz normalen Message-Prokern wie dem ActiveMQ oder dem RapidMQ. Ihr seht hier eine Queue und ein Consumer. In der Queue sind ein paar Nachrichten. Alle Nachrichten in der Queue sind geordnet, angefangen mit der ersten Nachricht bis zur vierten Nachricht. Der Consumer kann jetzt eine Nachricht lesen oder es können auch weitere Consumer hinzukommen. Also bin ich beschränkt auf einen Consumer. Bei diesem Queuing kann ich die Anzahl der Consumer beliebig erhöhen und bestimmen und so auf diese Weise ein ganz, ganz billiges, fantastisches Low-Balancing realisieren, das wunderbar funktioniert. Ich kann einfach die Anzahl der Consumer erhöhen, auf verschiedenen Rechnern vielleicht gegen eine Queue gehen. Also eine Queue, viele Consumer, das ist möglich. Und wenn eine Nachricht gelesen wird aus der Queue, dann ist sie dort nicht mehr drin, dann ist sie verschwunden. Also wie bei Musikklauen früher, wenn eine Platte geklaut wird, dann fehlt sie im Laden. Ihr seht jetzt einen Producer rechts und einen Topic. Und an dieses Topic möchte man Nachrichten senden. Aber vielleicht ist, wir haben ja so ein Nachrichteraufkommen, dass wir die Last verteilen müssen. Verteilen auf mehrere Consumer. Wie gesagt, beim normalen, traditionellen Broker würde ich an dieses Topic jetzt einfach ganz viele Consumer hängen. Oder wenn es eine Queue wäre, genauso viele Consumer gegen eine Queue und die würden sich die Last teilen. So, wir schauen uns mal an, wie das beim Kafka funktioniert. Bei Kafka wird dieses Topic in mehrere Teile gegliedert, einzelne Partitionen und jede Partition kann dann einen Teil der Daten übernehmen. Wenn wir jetzt Daten produzieren, dann müssen wir uns fragen, wo kommen die hin, auf welche Partitionen. Hier jetzt im Beispiel wird eine Nachricht produziert, die geht an einen Partitioner. Und dieser Partitioner, der bestimmt jetzt aufgrund des Nachrichtenschlüssels, wo diese Nachricht hingeht. Das funktioniert folgendermaßen. Es wird aus diesem schlüsselnden Hashwert erzeugt und dieser Hash wird geteilt durch die Anzahl der Partitionen und der Rest der Division bestimmt dann die Partition. In unserem Fall haben wir vielleicht ein Key mit dem Wert 2. Und 2, ja, das wird jetzt erst verhashed. Da kommt so ein großer Trümmer raus. Aber nehmen wir mal an, das ist was Einfacheres, wie zum Beispiel die Zahl 4. Dann wird diese Zahl 4 durch 3 geteilt. Der Rest der Division wäre dann 1. Deshalb geht unsere Nachricht mit dem Key 2 jetzt an die Partition 1. Nehmen wir mal an, da kommen noch weitere Nachrichten. Als nächstes ein Key 1. Und der wird dieses Mal, ja, mehr oder minder zufällig, aber reproduzierbar, der Key 1 der Partition 2 zugewiesen. Nächster Key 3, vielleicht wieder der Partition 2. Und jetzt kommt wieder ein Key 1 und da sehen wir, dass das Ganze reproduzierbar ist. Der Key 1 wird auch wieder der Partition 2 zugewiesen. Ja, Key 5 landet vielleicht hier und ein Key 4 in Partition 0. Also die Verteilung besonders, wenn ihr nicht viele Nachrichten habt oder vielleicht nur ein kleiner Schlüsselbereich, da kann es durchaus mal vorkommen, dass die Statistik nicht ganz so ausgewogen ist. Macht aber nichts aus, wenn ihr nur ein paar Datensätze habt, ist es eh egal und bei vielen verteilt sich das wieder. Ja, das ist also wieder Statistik. Das weiß ich spätestens nach dem Spielrisiko, bei dem die Übermacht nicht immer gewinnen muss. Ja, als nächstes, ja, haben wir nochmal einer, der Key 5, ein Key 1 und nochmal ein Key 4. Und so sieht unsere Verteilung jetzt aus. Die Nachrichten sind verteilt, sind in unterschiedlichen Partitionen angekommen und jetzt können wir die auch parallel verarbeiten. Dazu können wir beispielsweise drei Consumer starten. An jeder Partition ein Consumer, sofern die Consumer in der gleichen Consumer Group sind. Wir sehen hier, wir haben drei Consumer, jeder von denen ist in der gleichen Consumer Group, bestellen Agents und so konkurrieren die um die einzelnen Nachrichten. Das heißt, eine Nachricht wird immer nur von einem Consumer auch abgearbeitet. Also, wir haben Queuing, trotz, dass wir hier ein Topic haben. Wie gesagt, jeder dieser Consumer ist jetzt genau einer Partition zugeordnet. Wir können nicht mehrere Consumer gegen eine Partition oder mit einer Partition zuordnen. Wie man sich behilft, dass ich jetzt trotzdem den vierten, fünften Consumer hier starten könnte, das sehen wir gleich noch. Ja, einer dieser Consumer liest jetzt eine Nachricht. Nehmen wir mal an, der Consumer 1 ist der erste. Der liest aus Partition eine Nachricht mit dem Key 4. Und wir wissen von vorhin vielleicht noch, dass die erste Nachricht, die ganz unten war, hier bei Partition 2 mit dem Key 1. Und die wird überholt von dieser Nachricht hier. Es ist immer nur garantiert, dass innerhalb einer Partition die Nachrichten nacheinander gelesen werden. Aber es ist nicht garantiert, dass eine Nachricht, die früher erzeugt wurde und in einer anderen Partition liegt, vorher bearbeitet wird. Da hat man ein Problem, wenn man sagt, alle Nachrichten sollen in der richtigen Reihenfolge sein. Da könnte ich nur eine Partition erstellen. Aber ähnliche Probleme hat man beim normalen Queuing auch. Wenn man wartet, bis eine Nachricht vollends verarbeitet ist, um die Reihenfolge zu garantieren. Wie behilft man sich jetzt hier bei Kafka? Ganz einfach indem, dass man für diesen Key einen Wert benutzt, der für irgendeine Sache spricht, die eindeutig oder die in der Reihenfolge bleiben soll. Also ganz konkret, nehmen wir mal an, das sind hier Bestellungen und wir wollen, dass innerhalb eines Kunden die Bestellungen in der richtigen Reihenfolge bearbeitet werden. Also dass, wenn ich was bestelle, nicht meine eine Bestellung, die andere überholt. Dann nehme ich als Partition Key, als Nachrichten Key, die Kundennummer. Wenn ich nicht möchte, dass Nachrichten sich überholen innerhalb von einem Postleitzahlgebiet, dann nehme ich die Postleitzahl und so weiter. Also ich nehme beim Key immer so etwas, wie beispielsweise das Werk, die Kundennummer und so weiter, die Session, damit die Nachrichten innerhalb oder bei den Nachrichten, die sich dieses Feature teilen, in der richtigen Reihenfolge bleiben. Also wie gesagt, die Reihenfolge innerhalb einer Partition ist garantiert, aber es kann durchaus sein, dass eine Partition schneller abgearbeitet wird als eine andere. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie man das machen kann, dass man mehrere Consumer starten kann. Ja, das geht nicht. Ich kann nicht zwei an die gleiche Partition erseinen, sondern immer nur einen Consumer. Wenn ich jetzt aber mehrere Consumer haben möchte, dann kann ich mir nur so behelfen, dass ich sehr viele Partitionen erzeuge. Ich kann im Nachhinein neue Partitionen erstellen, aber das ist immer mit viel Verteilungsaufwand verbunden. Viel besser ist es, wenn ich von vornherein mehrere Partitionen anlege. Showtime! Wir schauen uns jetzt Partitioning in der Praxis an. Dazu habe ich den Kafka Broker gestartet und ein Topic angelegt, ein Topic Produktion mit drei Partitionen und einem Replikationsfaktor von 1. Was ist hier der Unterschied zwischen Replikation und Partitioning? Bei der Replikation oder bei beidem geht es um Datenverteilung. Bei der Replikation verteilen wir die Daten mit Kopien, um Ausfallsicherheit zu bekommen, während beim Partitioning wir keine Kopien verteilen, sondern die gleiche Nachricht ist nur auf einem Knoten. Wir machen eine Verteilung, um damit die Last zu reduzieren, eine Lastverteilung zu machen und mehr Performance zu bekommen. Also Partitioning für die Performance, Replikation für die Sicherheit. Das Topic ist angelegt. Als nächstes möchte ich einen Consumer starten. Ich habe hier einen kleinen Consumer, der einfach nur ausliest und die Sachen ausgibt. Ich starte den mal und sehe, dass dieser Consumer sich zugeordnet wurde. Drei Partitionen für das Topic Produktion. Drei Partitionen, die Partition 1, 2 und 0. Also ein Consumer, der jetzt die Nachrichten von allen Partitionen bekommt. Wir wollten ja sehen, was passiert, wenn mehrere Consumer ausgeführt werden. Deshalb starte ich noch mal einen Consumer mit dem gleichen Code. Und der ist natürlich jetzt auch in der gleichen Group drin, mit der gleichen Group-ID. Daher muss er sich jetzt die Partitionen mit dem ersten Consumer teilen. Und wir sehen das auch, er wird jetzt nur der Produktion der Partition 2 zugeordnet. Aber Moment mal, die 2, die war doch schon dem 1er, dem 1er zugeordnet. Ich schaue da mal rein und tatsächlich, der erste Consumer, der wurde wieder, ja, er hat die Zuordnung verloren zu seinen Partitionen, wurde neu zugeordnet und ist jetzt der Partition 0 und 1 zugeordnet. Ja, was passiert jetzt, wenn ich einen dritten starte? Das mache ich mal. Ich starte einen dritten Consumer und ich sehe jetzt der dritte Consumer, der ist jetzt auch Produktion 2 zugeordnet. Aber das war doch schon der letzte. Aha, der ist jetzt nicht mehr 2 zugeordnet, sondern 1. Und der erste, der ist jetzt der Partition 0 zugeordnet. Ja, starten wir doch einfach nochmal einen weiteren und schauen uns mal an, was passiert. Und der weitere wird Produktion 1 zugeordnet. Hm, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Consumer, aber nur 3 Partitionen und das soll ja nicht gehen. Ich schaue mir das mal an. Also der hier hat Partition 1, der nächste, der ist leer ausgegangen. Der hier hat Partition 2 und dann müsste der hier wieder die 0 haben. Also 4 Consumer, nur 3 Partitionen. Als nächstes möchte ich Nachrichten in dieses Topic geben mit diesem Producer. Der schickt gerade mal 10 Nachrichten und für diese 10 Nachrichten verwendet er die Keys 1 bis 5, sodass es mehrere Nachrichten geben müsste, wenn ich richtig aufgepasst habe, mit dem gleichen Key. Okay, ich starte den Producer und schaue mal nach, was hat denn der Symbol Consumer 1 abbekommen. Und der hat diesmal gar nichts abbekommen. Dieser hier ist nicht erseint, hat auch nichts abbekommen. Und dieser hier in der Partition 1, der hat jetzt ganze 5 Nachrichten bekommen mit den Keys 3 und 5. Und wir sehen, es gibt für diese Partitionen Offset 1, 2, 3, 4. Und auch dieser Producer, ja, der hat einer fehlt uns, genau der hier, da sehen wir auch 5 Nachrichten, 4 als Key und 2 als Key. Also rein statistisch hätte jeder, jede Partition Nachrichten abbekommen müssen. Es haben aber nur 2 Partitionen Daten abbekommen. Das liegt einfach daran, wie jetzt die Keys erzeugt wurden. Und ja, Statistik, besonders mit wenig Proben, ist halt nicht immer ganz gleich verteilt. Und da kann dann auch schon mal bei Risiko eine Übermacht verlieren. Gut, ich mache es jetzt einfach nochmal so. Ich schicke jetzt ein paar Nachrichten mehr, vielleicht 100 Nachrichten mit meinem Producer und gucke mal, was dann passiert. So, dann müsste man es ja eigentlich schaffen, dass wir auf jede von diesen Partitionen oder Consumer Partitionen Daten bekommen. Okay, ich sehe jetzt hier die Partition 1 und die hat 3, 5 und 6 jeweils bekommen. Und jetzt bewirkte ich, dass es diesmal an dem Verhäschen der Keys lag. Der ist nicht assigned, den schmeiße ich mal raus. Und ja, müsste ich jetzt fast ändern, dass 5 zu wenig sind. Und ich erzeuge mal jetzt dann auch wirklich 10 Keys. Aber das ist ein schönes Beispiel, dass das Partitionieren bei kleinen Zahlen vielleicht nicht ganz so hinhaut. Ist aber auch kein Problem, weil bei kleinen Zahlen ist die Last eh kein Thema. Nur bei größeren, da wird das kritisch. Jetzt haben wir bei Partition 0 Werte, wir haben bei Partition 2 Werte und wir haben bei Partition 1 Werte. Tja, was ist jetzt nochmal, wenn ich mehrere Consumer haben möchte? Ich habe nur 3 Partitionen, aber was ist, wenn ich jetzt hier 100 Consumer plötzlich haben möchte, wenn ich die erhöhen möchte? Das hat ja jetzt hier nicht funktioniert. Ich konnte ja nur 3 Consumer gleichzeitig an den Partitionen haben. Da gibt es einen Trick. Ich gehe jetzt hier rein und ändere mal die Partitionen ab und erstelle einfach mal 300 Partitionen anstatt nur 3. So, ich führe mein Setup-Skript aus, dass ich diese 300 Partitionen bekomme. Das Topic ist neu angelegt, diesmal mit 300 Partitionen. Ich führe den ersten Consumer aus und sieht so aus, als hätte dieser eine Consumer jetzt 300 Partitionen abbekommen. Ich starte einen weiteren Consumer und der kriegt auch ein paar Partitionen ab. Und vielleicht nochmal einer und nochmal einer und nochmal einer und jeder von denen bekommt jetzt ein paar Partitionen ab. Also, ihr könnt mit den Partitionen großzügig sein. Ich habe hier nur einen Knoten und habe für einen Topic 300 Partitionen angelegt. Das ist kein Problem. Das würde selbst mit 3000 Partitionen funktionieren. Da gibt es auch ein bisschen Oberhetters, das wäre übertrieben. Aber ich kann ohne Probleme, sagen wir mal, das Zehnfache von dem, was ich denke, was ich an Consumer brauche, einfach an Partitionen anlegen. Ja, ich hoffe, ich habe das ein bisschen vermitteln können, was so hinter den Partitionen steckt. Und auch die Abgrenzung zwischen Partition und oder Partitionierung und Replikation. Ja, wem es gefallen hat, der darf mir den Daumen hoch geben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir haben nochmal ein paar Themen zu Kafka. Ja, bis dann. Tschüss. Sucht auch offene Schulungen an, bei der sich jeder anmelden kann. Eine Beschreibung davon findet ihr bei uns auf der Homepage.